Mein Freund ist hier irgendwo eingeklemmt, aber ich seh ihn nicht mehr. Ja, ich seh auch nicht. Ja, da müsst ihr irgendwo dritte sein. Herr Officer? Kommen Sie mal mit. Ja, danke. Dann schauen wir mal. Erstes Gebäude rein. Ah ja, ich seh's schon. Sie sind ja nackt. Sie muss an sich ja was anziehen. Seh. Ah, was macht der denn hier? Herr Ausfriedensbruch begehen. Hausfriedensbruch. Und dann erschießen Sie ihn gleich. Ich hab... Er hat sich da irgendwo eingeklemmt. Keine Ahnung. Der wohl irgendwie durch so'n Loch in der Mauer. Dann ist die Mauer so'n bisschen eingestürzt und... Ah, gut da. Herr Ausfriedensbruch. Was machen Sie denn hier? Es tut mir leid. Ja. Das hoffe ich. Wie ist denn das passiert? Erzählen Sie mal. Es tut... Ich wollte mich verstecken, da hinten. Ja. 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 Und dann... bin ich gestürzt auf den Kopf gefallen. Ja. 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 Nein, hab ich nicht. Ja. Drogen. Aber... Geben Sie mir die Drogen jetzt. Schwitze. Nee, Aussehen hinlegen. Ich muss mir das angucken. Okay. Ja. Oh Schande. Ist es was zu rauchen oder ist es was Hartes? Ja. Seien Sie ehrlich. Ich hab mir einen Schuss gesetzt. Oh. 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 Nein. Ich mach ihn noch kurz sauber. Ist der... Ist der vernehmungsfähig so? Ja. Ich mach ihn nur noch kurz sauber. Dann gehört er ganz ihnen. Oh. 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 Verfluchte Junkies. Ja. Ich glaube, diese Beine muss er weg. Abhacken. Sieh. Mit die Machete. Nein, nix abhacken. Nix. Nix. Der andere hat auch Drogen dabei. Nix. Der andere hat auch Drogen dabei. Ja, den holen wir uns auch noch. Hallo. Hallo. Haben Sie auch Drogen dabei? Ist das so korrekt? Nein, Sie können mich auch gerne durchsuchen. Na ja. Schon weggeschmissen, wa? Dann hat er sogar einen Schuss gesetzt. Nein. Mhm. Also wir können die Blutwerte überprüfen. Naja. Ja, dann tun Sie erstmal bitte. Ja. Tun Sie das doch. Kein Problem. Soll ich ihn festsetzen? Ja. Zieh Sie mal die Hosen runter, Sir. Aha. Kollege, du weißt was zu tun ist. Runter mit der Buchse. Sieh. Ich hole die Machete. Nooo. Keine Machete. Was? Nein, 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 nein. Nicht die Machete. Nooo. Keine Machete. Sieh so übereifrig heute. Was ist denn? Sieh. Einfach nur eine Buchse runterziehen. Und dann damit. Wir müssen an sein Gesäß. Sieh. Sieh. Ja. Genauso. So. So. Hier irgendwo habe ich ein kleines Messgerät. Ah, ist es ja. Ah, ich habe auch dabei. So. Machen wir mal einen kleinen Abstrich. Und warten eine Minute. Oder so. Ja. Komm Rick, gib es zu. Ja, geben Sie es einfach zu. Wir finden es eh raus. Ich habe keine Drogen bei mir. Ja, bei Ihnen nicht mehr. Aber Ihnen vielleicht. Wir haben Kokain und Heroin genommen. So. Und also. Mal abgesehen von unzureichender Körperhygiene. Sind da tatsächlich kleine Spuren von Heroin. Sie waren auf jeden Fall in Kontakt damit. Die Senora ist ein bisschen durch. Machen Sie Platz. Nehmen Sie Ihre Gerotten bitte auf. Nehmen Sie sich mal wieder an. Und Sieh. Gedulden Sieh. Verdammte Scheiße. Diese Medizin ist ein Notfall. Sieh. Und wie sind die Blutwerte? Ja. Ja. Wie auch immer. Er hat auf jeden Fall Spuren von Heroin in sich. Das reicht mir. Ja. Sie sind das vorläufig festgesetzt. Moment mal. Der Konsum ist doch nicht illegal. Der Besitz ist illegal. Ja. Der Konsum ist illegal natürlich. Der Konsum ist absolut illegal. Ja. Ja. Selbst schuld. Ja. Selbst schuld. Ja. Gut auch. Und wieder ein erfolgreicher Tag gegen. Im Kampf gegen Drogen. Sehr gut. Auch an Sie. Ja. Ja. Ich habe die Sonne genug tot die Leichen aufgehoben. Ja. Ich habe die Sonne genug tot die Leichen aufgehoben.